Hi Sportsfreunde, hier ist wieder euer Felix. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Heute zeige ich euch ein paar Übungen für den Bereich des Ideosakralgelenkes, das Kreuzdarmergelenkes. Ein gezieltes Übungsvideo für die Tatjana. Tatjana war beim letzten Video in der Chiro-Faszien-Praktik bei Toremaus zu sehen und klagte über Beschwerden in dem Bereich. Und ich möchte euch heute gezielte Übungen zeigen, wie ihr den Bereich auflockert durch Übungen mit der Faszienrolle, aber auch durch Eigenkörperübungen. Und dabei wünsche ich viel Spaß. Kommen wir nun zur ersten Lockerungs- und Aktivierungsübung. Wir möchten jetzt in das Ideosakralgelenk, also das Darmkreuzbeingelenk, Bewegungen reinbringen. Das klappt am besten, wenn ihr euch dafür eine weiche Unterlage sucht, euch einmal in die Rücklage begebt, den Hinterkopf entspannt abgelegt, kannst ihr auch gerne ein Kissen unter den Kopf legen, die Schultern auf der Matte und die Arme seitlich fixiert. Aus der Position Bauchspannung aufbauen, die Knie über die Hüften führen, 90 Grad Winkel ins Kniegelenk mitbekommen, kannst ihr auch jederzeit nochmal ein kleines Kissen hier unten an den unteren Rücken klemmen, wenn der Druckpunkt jetzt auf der Matte oder auf der Unterlage etwas zu intensiv ist, um dann ein bisschen Puffer zu schaffen. Und aus der Position führst du mal langsam ein Bein nach vorn oben raus in die Streckung und gehst langsam wieder ran. Dann wechselst du das Bein nach vorn oben raus und wieder tief. Fühlt sich das Ganze gut an für den unteren Rücken? Kannst du gerne auch mal das Bein, wenn es vorne ist, etwas tiefer absenken und dann wieder ranziehen. Langes Bein, erst tief führen und dann wieder ranziehen. Optional weiter oben bleiben mit den Fußspitzen Richtung Decke. Steigerungspotenzial, aber immer nach unten raus, je tiefer, desto mehr Bauchspannung musst du auch aufbauen und desto mehr kommst du in Bewegung im Iliosakralgelenk. Erste Bewegung und für die zweite Bewegung hältst du die Knie wieder über den Hüften und pendelst die Knie, lässt die Knie kreisen im Uhrzeigersinn, sodass die Knie einmal wegführen vom Körper und dann wieder ranziehen zum Körper, um jetzt einfach nochmal eine andere Bewegungsrichtung in das Gelenk rein zu bekommen, um dann mal ganzheitlich zu lockern. Auch gerne einmal die Richtung ändern, die Knie wegführen vom Körper und wieder ranziehen der Oberkörper, durchgehend entspannt abgelegt und auch hier gerne eine größere Bewegung, größere Kreise fahren, um etwas mehr Bewegung ins Gelenk zu bekommen. Die Füße langsam aufstellen und pausieren. Gerne zwei, drei Durchgänge davon, 30 bis 60 Sekunden pro Richtung einmal austesten und dann sollte das ISG gut aufgewärmt sein für die kommenden Lockerungsübungen. Nachdem wir jetzt mobilisiert haben, möchten wir jetzt intensiv und tiefgründig die Faszienststrukturen lockern und zwar die Faszienststrukturen, die Einfluss auf das Ideosakralgelenk und auf das Becken haben. Gezielt möchten wir jetzt einmal den Traktus auflockern, das ist hier außen am Oberschenkel die Struktur, angefangen vom Becken und zieht dann runter bis zum Schienbein. Wir möchten uns jetzt aber hier eher an den oberen Anteil heranwagen. Schadet aber auch nicht, wenn du hier dann auch Richtung Kniegelenk rollst, um das Kniegelenk zu entlasten. Dafür einmal die Faszienrolle schnappen, richtest dich einmal im Seitstütz aus, gern auf den Unterarm, das untere zu lockernde Bein lang und die Rolle mittig auf dem äußeren Oberschenkel abgestellt. Langes Bein und das andere Bein, das obere Bein angewinkelt und mit dem Fuß vorm Körper aufgestellt und dann rollt erstmal großflächig die komplette Faszienstruktur entlang des äußeren Oberschenkels, von der Hüfte langsam in Richtung Knieaußenseite und dann langsam wieder hoch. Möchten jetzt da Spannung rausnehmen, um das Becken zu entlasten, eine sehr große flächige Faszienstruktur, die gerne mal verhärtet, verklebt, deswegen super wichtig da immer wieder nachzuhelfen, die Struktur aufzulockern, damit die Gelenke ordentlich funktionieren, die Muskeln ordentlich stabilisieren und arbeiten können und dann gerne mal auf einen Teilbereich beschränken, gerne etwas höher Richtung Hüfte rollen, so fünf bis zehn Zentimeter auf und ab. Dann kannst du jederzeit auch nochmal den Oberkörper ein- und ausdrehen, um den Druckpunkt zu verlagern, gleichmäßig weiter atmen und dann sollte es nach und nach etwas angenehmer werden. Anfangs ist die Übung schon relativ heftig, es wird besser, kann ich versprechen und dann auch gerne mal einen Punkt halten, wenn ihr merkt, okay, da ist die Struktur sehr, sehr fest, dass ihr da punktuell nochmal einen tiefen Druckpunkt entwickelt, entwickelt 30 bis 60 Sekunden halten, darauf achten, dass die Fußspitzen noch am Leben sind, sollte es da irgendwie ausstrahlen in die Füße, dann bitte den Druckpunkt variieren, ändern oder die Übung komplett pausieren und das Ganze auf beiden Seiten, ein bis zwei Minuten pro Seite und dann sollte die Oberschenkelaußenseite und das Becken gut gelockert sein. Kommen wir nun zur zweiten Faszienübung, die Rolle bleibt uns treu, jetzt möchten wir die Rolle leicht oberhalb vom Gesäß ansetzen, auf dem Iliosakralgelenk, das haben wir hier mittig, bestehend aus dem Kreuzbein und aus dem Darmbein, das gehört hier zum Becken. Und genau da möchten wir jetzt einmal die Rolle fixieren, einen Druckpunkt entwickeln, der noch halbwegs angenehm ist, das Ganze auch aus der Rücklage gestartet, die Füße aufgestellt, über die Füße hochdrücken und die Rolle leicht oberhalb vom großen Gesäßmuskel fixiert, aus der Position die Arme seitlich auf dem Boden ablegen und dann über die Bauchspannung, Bauchladen leicht einziehen, die Beine anheben. Und hier erstmal einen angenehmen Druckpunkt finden, die Rolle nochmal fein justieren, wenn du möchtest. Und aus der Position pendelst du jetzt mit den Knien langsam und leicht nach links und nach rechts rüber, kleine Pendelbewegungen, die Füße sind nah beieinander. Und vergleichst gerne mal, wie fühlt es sich nach rechts an, wie ist es, wenn der Druckpunkt gleich nach links wandert. Gerne 60 Sekunden nach links und nach rechts, ein, zwei Durchgänge und die zweite Variante kennen wir schon aus dem Aufwärmprogramm, das Knie kreisen. Die Knie wegführen vom Körper und dann in der kreisenden Bewegung wieder ranziehen zum Körper. Auch hier erstmal mit einer kleineren Bewegung starten und nach Belieben die Übung erweitern. Größere Kreise fahren und auch hier nochmal den Druckpunkt vergleichen, wie ist es, wenn die Knie rangezogen sind. Und wie fühlt es sich im Ideosakralgelenk an, wenn die Beine weg sind vom Körper und dann wieder ranziehen. Auch hier gerne 60 Sekunden, ein bis zwei Durchgänge, langsam die Füße wieder aufstellen, die Rolle lösen und dann gibt es noch eine Dehnübung. Nun geht es weiter mit der Dehnphase. Die Faszienrolle kommt gerne mit dazu für den ersten Durchgang. Ich zeige euch jetzt zwei Varianten, wie ihr die Dreh-Dehn-Lagerung einnehmen könnt. Wir starten erstmal mit der Faszienrolle. Folgende Startposition, die Arme seitlich ausgerichtet, die Beine lang und die zu dehnende Seite, da ziehst du einfach das Bein heran. Knie anwinkeln und dann das Knie zur Seite abklappen. Und die Rolle einmal hier auf der Seite platzieren. Mittig auf der Oberschenkel-Innenseite angesetzt. Die Schulterblätter bleiben nahe der Matte. Und über die Hand, auf der Seite, wo die Rolle jetzt liegt, gibt es so einen kleinen Impuls, hier in den Rücken mit rein, dass die Rolle leicht nach zur Seite raus geht. Genau wie das Knie, um hier unten im Rückenbereich, im Lendenwirbelsäulenbereich, eine leichte Dehnung zu erzeugen. Den anderen Arm lang nach hinten raus, den Kopf entspannt abgelegt. Und da gibt es einen kleinen Impuls, dass du hier immer wieder vor- und zurückrollst. Das Knie schiebt nach vorne und wieder leicht zurück. Das untere Bein lang, gleichmäßig atmen. Und in die Dehnung rein spüren. Im besten Falle merkst du ein Dehngefühl im unteren Rückenbereich, Richtung Gesäß und hinteren Oberschenkelbereich. Das ist die erste Variante. Gerne 20-30 Mal leicht reinfedern. Und dann die Seite wechseln. Immer wieder vergleichen, auf welcher Seite es besser funktioniert. Und die zweite Runde, ohne Faszienrolle, Arme seitlich ausgerichtet, das Knie ranziehen, das Knie rüberklappen, in die Drehdehnlage kommen. Und dann mit der Hand auf der Seite, wo das Knie jetzt zur Seite geht, das Knie fixieren. Und einen leichten Impuls ins Kniegelenk geben. Leicht runterdrücken das Knie in Richtung Boden, um die Dehnung zu verstärken. Auch hier nochmal die Atmung mitnehmen, gleichmäßig ein- und ausatmen. Immer wenn es verstärkt in die Dehnung geht, ausatmen. Dann wird es deutlich angenehmer. Und immer die Option, die Knieposition zu variieren. Das Knie tiefer oder das Knie höher führen, um die Dehnung nochmal zu intensivieren oder etwas zu lockern. Auch hier 20-30 Mal Federn. Die Seite wechseln, gerne zwei Durchgänge. Und dann sehen wir uns gleich im Stand für die letzte Übung. Kommen wir nun zum Abschluss nochmal zu einer Eigenkörperwahrnehmungsübung. Und zwar möchten wir jetzt schauen, dass wir das Gewicht gleichmäßig verteilen. Auf den linken und auf den rechten Fuß. Alltäglich ist es so, dass wir da eine dominante Seite haben. Wir möchten jetzt aber gezielt nochmal darauf achten, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Und dafür starten wir einmal einen festen Stand. Die Füße hüftbreit auseinander. Schau, dass die Füße auf einer Höhe stehen. Den Oberkörper aufrichten. Die Knie gerne leicht in der Beugung. Und aus der Position den Oberkörper langsam nach vorne verlagern. Und dann merkt ihr, ab einer gewissen Oberkörperposition, dass die Fußspitzen sich in den Boden krallen, um das Gleichgewicht zu fixieren. Ich mache es einmal seitlich vor. So, aufrechter Stand. Die Hände gerne in die Hüften reinlegen. Füße passend ausrichten, dass die gleiche Ausgangsposition herrscht. Rechts und linker Fuß. Und dann geht der Oberkörper langsam nach vorne. Und dann solltest du auch schon merken, wie die Fußspitzen auf Spannung kommen, um dich im Boden zu fixieren. Und dann probierst du mal, in den Körper hinein zu spüren. Auf welchen Beinen habt ihr jetzt mehr Belastung? Es ist eher das rechte Bein oder das linke Bein. Und dann könnt ihr über die Hüftstellung dagegen ansteuern. Wenn ihr jetzt merkt, dass der rechte Fuß deutlich mehr belastet wird, dann die rechte Hüfte leicht zurückschieben. Und die linke Hüfte leicht nach vorne schieben. Dass ihr, wie gesagt, eine gleichbleibende Belastung habt, links und rechts. Ich mache es noch einmal von vorne vor. Wenn ihr jetzt merkt, okay, der rechte Fuß, der ist jetzt die dominante Komponente. Darauf dann noch einmal achten, die Hüfte leicht zurückzuschieben und die Belastung etwas mehr auf das linke Bein zu verteilen. Auch da noch einmal schauen, dass jetzt nicht das linke Bein die ganze Halterarbeit übernimmt, sondern dass sich das ungefähr ausgleicht. Das als Wahrnehmungsübung noch einmal zum Abschluss. Könnt ihr gerne jederzeit praktizieren. Auch gerne vor und nach den Übungen, die ich jetzt gezeigt habe. Um dann mal zu schauen, ob die Übungen schon was bezweckt haben. Gerade was dann die Hüftstellung und die Beckenstellung angeht. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Übungen. Testet das gerne mal aus. Und über ein Feedback in den Kommentaren würden wir uns sehr freuen. Natürlich auch immer über einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis dahin, bleibt in Bewegung und bis zum nächsten Mal. Euer Felix. Ciao. Ciao.